Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Arcos, wo wir zum ersten Mal das Arcos 70 Titanium sehen konnten. Und in diesem Video wollen wir das Arcos 70 Titanium mal mit dem iPad Mini vergleichen, dem Nexus 7 und das Acyconia B1, wo der Akku leider schon wieder gestorben ist. Gut, ja, erstmal zu den Preisen. Das Nexus 7 kostet, kennen wir, 199 Euro in der billigsten Version. Das iPad Mini 329 Euro, das Arcos 70 Titanium wird 129 Euro, der finale Preis wird dabei liegen. Das Acyconia Tab B1 kostet 119 Euro. Zu den Displays, wir haben hier ein 7-Zoll-Display erstmal überall außer beim iPad Mini, das hat 7,9 Zoll. 1024 x 600 Pixel hier, das gleiche beim Acer Tablet, hier natürlich 1280 x 800 Pixel und hier 1024 x 67 Pixel. Von der Pixeldichte her tun sich die drei Tablets also nichts. Das Nexus 7 hat nur eine etwas höhere Pixeldichte. Bei den Displays sehen wir, dass die Helligkeit fast überall in Ordnung ist. Das iPad Mini ist ein bisschen heller als das Nexus 7 und das Acer, das Arcos 70 Titanium. Das Acer Cronia Tab B1 habe ich schon gesagt, der Akku ist leider leer. Aber das Display, habt ihr ja in anderen Videos von mir gesehen, ist vergleichend mit den drei hier, vor allem mit den IPS-Displays, die recht gute Blickwinkel haben. Natürlich, ja, kottisch schlecht kann man schon sagen. Also das Display ist echt der Acer Cronia B1, kann man mit den drei hier auf keinen Fall vergleichen. Hier drin haben wir jetzt den 1,6 GHz Dual-Core Prozessor, das ist der von Rockchip. Beim iPad Mini natürlich ebenfalls ein Dual-Core, das ist der gleiche, der im iPad 2 steckt. Und hier natürlich den TECRA 3 von Nvidia. Hier drin haben wir einen 1,2 GHz Dual-Core von Mediatek. Und die Performance von dem ist leider wieder nicht ganz so stark wie vom 1,6 GHz Rockchip bei Arcos. Und natürlich nicht so stark, also alle drei Tablets haben diesen starken Prozessor wie das Nexus 7 mit dem Quad-Core-Core-Core. Trotzdem läuft das iPad Mini natürlich flüssig, auch wenn hier nur ein Dual-Core-Core-Core verbaut ist. Gehen wir mal ganz schnell um die Tablets herum. Das Acer Cronia B1 hat eine ganze Reihe an Anschlüssen. Dazu gehört ein Micro-SD-Kartenslot und ein HDMI-Ausgang. Das fehlt selbstverständlich beim iPad Mini und auch das Nexus 7 hat keines dieser Anschlüsse. Beim Acer Cronia B1 haben wir immerhin einen Micro-SD-Kartenslot, aber ein HDMI-Ausgang fehlt hier ebenfalls. Wenn wir uns mal die Verarbeitung anschauen, das Acer Cronia B1 hat schon überall Kratzer, das seht ihr. Ist alles aus Plastik hier und keine gute Verarbeitung. Das Acer Cronia B1 hat ein Aluminium-Gehäuse. Das gleiche gilt natürlich für das iPad Mini. Das Nexus 7 hat hingegen eine Kunststoffdecke hier hinten, die sich trotzdem hochwertig anfühlt. Allerdings ist das Nexus 7 auch ein bisschen dicker als die anderen Tablets hier. Ich lege die mal aufeinander. Das Acer Cronia B1 ist gar nicht so viel dicker als das iPad Mini, aber deutlich dünner als das Nexus 7. Und das Acer Cronia B1 ist auch recht dick. Hier sehen wir mal die Dicke im Vergleich. Da sehen wir, iPad Mini ist auf jeden Fall noch dünner. Das Acer Cronia B1 ist aber in der Richtung, in der Gegend etwa. Und dicker sind eben die von Acer und Asus, beziehungsweise Google. Ja, was die Verarbeitung also angeht, Acer Cronia B1 ganz schlecht. Acer Cronia B1 ist okay. Das gleiche gilt für das Nexus 7 und das iPad Mini hat natürlich eine richtig gute Verarbeitung. Ist aber eben auch deutlich teurer. Was würde ich empfehlen? Wenn man ganz günstig sein möchte, ganz günstig gehen möchte, ist das Acer Cronia B1, soweit ich bisher gesehen habe. Auf jeden Fall ein ganz ordentliches Tablet. Display ist in Ordnung. Performance ist für den Preis auf jeden Fall okay. Das Acer Cronia B1 würde ich da hingegen nicht empfehlen. Wenn man aber ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, dann ist das Nexus 7 natürlich das bessere Tablet. Kostet dafür aber auch 75 Euro mehr. Und das iPad Mini ist natürlich ebenfalls ein richtig gutes Tablet. Ist mit 300, über 300 Euro, aber natürlich auch recht teuer. Ja, das war ein schneller Vergleich von den 4, 7 bzw. 7,9 Zoll Tablets auf der CeBit. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.